jetzt zeige ich dir wie du eine neue folie ein neues layout einfügen kannst dabei gehst du auf einfügen dann neue folie jetzt hast du die möglichkeit eine titel folie das wäre so eine folie wie wir sie hier haben titel und inhalt abschnittsüberschrift zwei inhalte vergleichen von zwei inhalten wenn du da anklickst dann siehst wie das da aufgebaut ist so kannst du es dann titel einfügen zwei untertitel zwei untertexte oder du kannst auch eine solche folie einfügen dann kann man da hat man verschiedene möglichkeiten dann auch etwas hochzuladen ein bild einzufügen um den folien den bestimmten touch zu geben